Ich sollte doch die Kinder heute in die Schule fahren. Ich mach das schon. Bei dir hat sich also wieder mal was geändert, ja? Alles Gute zum Hochzeitstag. Was? Gehört das eure Mutter? Ja? Deine Kinder und du, ihr sitzt auf einer Bombe. Sag uns, was los ist. Was der Typ verlangt, ist unmöglich. Das ist doch ein Aprilcher! Bitte, bleibt sitzen! Steigen Sie aus! Ich kann nicht! Ich rate Ihnen dringend davon ab, mit diesem Wahnsinn weiterzumachen. Ich hab keine Kontrolle mehr, was passiert! Bitte lasst Sie uns gehen! Wenn einer von euch aufsteht, bumm! Ich glaube Ihnen, Karl. Jetzt wird alles gut. Was geht dir vor? Was hast du gemacht, Karl? Karl, gib mir den Autoschlüssel. Papa, die glauben dir nicht. Zeig mir, dass du deine Kinder wirklich liebst. Das ist kranker Arschloch. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? ARD Text im Auftrag von Funk